Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie. Und zwar sind wir jetzt in der ersten Welt fertig und können jetzt zur zweiten Welt gehen. Mein Name ist Fabian. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses oder die anderen Let's Plays auch gefallen. Es gibt noch einige mehr auf diesem Kanal. So, diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach's dir auf, Opa! Ja, sei nicht so frech, um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Hey, du machst nicht den frischsten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Dankeschön. Ja, wir haben 100 Noten. Ah. Das ist die Animation. Aus dem letzten Teil. Da waren wir in der Termite. So, jetzt dringen wir weiter in Grundhildas Reich vor. So. Und, oh, das ist ganz wichtig. Hallo, meine Hilden. Ich bin Brent Hilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhildas und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drücke X, wenn du sie hören willst. Okay. Ja, ganz wichtig für später. Das muss ich mir aber echt aufschreiben. Ich glaube, das ist sogar wirklich in jedem Durchlauf anders. So, okay. Dann hören wir es mal an. Anhören. Die putzt, putzt die Zähne mit Ledermashaut. Hm, jaha. Etwas, was habe ich jetzt verpasst. Und ihre Kleidung holt sie sich aus dem Sägi-Magis-Boutique. Putzt die Zähne. Und Hilda wäscht sie mit Motoröl. Und die Kleidung. Aus der Boutique. Hm, hm. Weil ich hatte auch schon Spieldurchläufe. Da war es der Mülleimer. So. Ähm. Treasure Trove Cove ist die nächste Welt. Und da brauchen wir zwei Puzzleteile auf. Und dann können wir die Teile einfüllen. Man kann natürlich keine entfernen, sobald man sie entfernt, äh, eingefügt hat. Sonst könnte man mit ganz wenigen Puzzleteilen ganz, ganz weit kommen. Treasure Trove Cove ist geöffnet. Aber wir schauen uns hier erstmal um. Und zwar, da ist der Gang nach oben. Da ist einfach Licht. Ich finde ja sehr cool gemacht, diese Oberwelt. Weil die einfach so viele Sachen in sich vereint. Wir haben hier einen Gegner. Der diesmal noch recht einfach ist. Dann gibt es hier noch den Weg nach unten. Äh. Dann gibt es hier noch ein Eier zum Eiern sammeln. Einen Mombo-Schädel hinter ihm platziert, den man nicht sieht, wegen der Kamera. Auch sehr geschickt. So. Jetzt müssen wir ihn nur noch aufweiten. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Das sind nämlich Teleport-Kessel. Mit denen können wir dann weiter ins Reich eindringen. Genau. So. Und als Kind, oder, also man sieht dann halt hier schon zum Beispiel die nächste, die nächste Sache. Diese Sprungplatte dient Kazuhis Supersprung. Findet mich. Und ich verrate euch, wie ihr sie benutzen könnt. Genau. So. Das ist eine sehr, eine sehr verschachtelte Oberwelt. Mit vielen Geheimnissen. Da unten sehen wir schon den Eingang. Aber, ich zeige euch mal noch ein bisschen mehr. Da oben ist eine, ist die Noten, äh, Notentür. 180 brauchen wir. Und da ist der Eingang zur dritten Welt auch schon direkt. Und hier unten sogar. Da kommt man sogar zur letzten Welt noch. Ist also sehr, sehr versteckt und geheimnisvoll. So. Mal schauen, was wir hier noch machen können. Da kommen wir schon mal hoch. Und genau. Und der ist ein bisschen, ein bisschen hartnäckiger schon. Ich bin eine rote Feder. Wenn Kazuhi das Fliegen gelernt hat, werde ich hier dabei behilflich sein. Tja, rote Federn sind sehr wichtig. Und haben wir, oh, haben wir hier hinten auch noch was? Nein. Okay. So, na dann. Ab in Welt Nummer 2. Treasure Trove Cove. Hier wäre jetzt auch noch so eine Kameraanimation. So, willkommen. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Ja. Wir haben schon drei Wege zur Auswahl. Jetzt gibt es Krabbenfilet zum Mittagessen. Und hier ganz gemein eigentlich. Da ist nämlich ein Hai. Ah, da schwimmt mein Leibgericht. Das habe ich als Kind so gehasst. Meine Güte. Also ihr merkt schon, ich hasse alles, was mit Wasser zu tun hat. Boah, lass mich den Jinto holen. Also, meine Güte, du. Und der kommt halt jedes Mal sofort wieder. Ah, ich muss den Jinto doch holen. Lass mich in Ruhe. Hä? Boah, war der... Der war doch früher nicht so. Nein! Boah. Hass einfach. Einfach Hass. Aber ich glaube, der Trick ist, dass man halt dahin schwimmt und dann untertaucht. Aber man muss es halt nur richtig rumschaffen. Boah. Ihr merkt schon, unter Wasser wird... Das Unterwasser-Level wird noch hart. Okay, aber so kriegen wir es hin. Boah. Meine Güte. Meine Güte. So, jetzt müssen wir uns abreagieren. Und zwar... Wer ist das? Das ist der Nippos-Strand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Ah, das werden wir sehen, Krustenhirn. In diesem frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Ach ja. Versuch das. Eindeutig draus. Wir haben den Flugmove übrigens noch gar nicht gelernt. Ah ja, genau. Ins Auge gepickt. Autsch, das hat wie getan. Jetzt bin ich aber echt sauer. Ihr merkt schon, wie er eskaliert. Und... Au. Hey. Oh mein Gott, warum bin ich so schlecht? Wir waren mal voll gut in dem Spiel. Jetzt aber immer noch nicht. Meine Güte. Boah, ist ja peinlich. Das ist richtig peinlich. Dann wollen wir gleich sterben. Wir brauchen jetzt erstmal irgendwie so einen Honigtopf. Da höre ich schon einen. Da hinten ist auch einer. So, da hat es außerdem... Oh, der ist sogar neben uns direkt. Moment, die Roten holen wir auch noch. Okay. Tja, ich weiß nicht, ob es an der Steuerung liegt. Oder einfach an mir. Wahrscheinlich an mir. So. Müssen wir den jetzt nochmal machen. Aber wieso geht das denn? Und die müssen... So, jetzt. Also, ganz komisch. Okay, da ist noch ein Mumbo-Schädel. Den wir einfach so holen. Ohne, dass der Hai kommt, bitte. Und dann können wir hier ins Schneckenhaus hinein. Hier sind nämlich auch Musiknoten. Und... Ah, genau. Und schrabben. So, und natürlich nicht vergessen... Das Puzzlestück. Das erste in dieser Welt. Ich finde es auch echt cool, wie die Musik einfach sich immer ändert. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Und zwar in diese Richtung möchte ich. Könnten dem armen Käpt'n Blubber helfen. Oder wir lernen direkt das Fliegen. Oder aber wir holen erst noch den Jinjo. Jinjo Nummer 2. So. Also, das ist die Übersicht über die Welt. Ich kann euch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Da... Also, hier in der Schatztruhe. Da... Hoppala. Da ist ein... Ein Puzzleteil drin. Dann hat's hinten auf diesem Turm hat's ein X. Da müssen wir drauf drücken. Hier ist der Weg nach oben, da wo die Note sich dreht. Nach dort, auf den Leuchtturm. Da steht auch schon ein Jinjo bereit. Tja, dann haben wir... Hier auch noch Jinjos. Maschine-Dinge. Und... Da ist eine Sandburg. Da müssen wir das Wasser noch ablassen. Und... Stop-and-Swap-Turm ist tatsächlich... Aus dem Wasser gelassen. Das war nicht der Fall im Nintendo 64 Original. Außerdem hat's hier noch weitere Noten. Und da führt auch noch ein Weg noch vorbei. So, jetzt aber. Hey, Hühnerbein. Das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich. Wurde aber auch Zeit, Würmerfreund. Es ist so leicht. Sogar du, Vogelhirn, du wirst das können. Stell dir dich auf eine blaue Flugplatte und drücke die A-Taste. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald. Ja, denn das Fliegen ist nicht kostenlos. Wahrscheinlich wegen dem CO2-Fußabdruck müssen wir jetzt hier auch... Können wir nicht unbegrenzt in der Luft bleiben. Die Frage ist halt, wo wir jetzt als erstes hinfliegen wollen. Wenn wir das jetzt schon machen. Dann würde ich sagen, fliegen wir doch einfach wirklich mal direkt hier hin. und versuchen mal... Wie kommen wir denn hier mit der Stamm-Attacke? Können wir es beenden. Dann können wir uns dieses Puzzleteil hier einheimsen. Okay. Oder so. Ah, dieser Schatz, der war für mich. Nun wird das hart für dich. Tja. Ja, jetzt müssen wir wieder vor dem Hai abhauen. Nein! Aber mit dieser Kamera ist echt ein bisschen tricky. So, dann schwimmen wir mal. Denn es geht hier nach... da drüben. Da muss man mit Kazooie lang. Und hier kann man wohl auch noch nach hinten. Was ist denn hier? Okay. Ja, toll. Das ist ja so das Bescheuertste. Wenn du dann auch noch anfängst... Excuse me? Können wir dann auch noch anfängst zu schwimmen unter Wasser. Aber da fliegen wir doch einfach hin nachher. Müssen wir hier nur irgendwie wegkommen. Nein, Hai. Du kommst direkt aus der falschen Richtung. Oh Gott. Oh. Meine Güte. Jetzt verstehe ich auch, warum hier so viele Honigwaben rumfliegen. Ich dachte so, hey, die braucht doch kein Mensch. Aber klar. Mittlerweile braucht man die. Das haben wir hier drin. Einen Mumbo-Schädel. Einen weiteren. Zwei sogar. Hier ist die Kamera fest. Deswegen kann ich sie nicht drehen. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch... Da genau. Da wollten wir noch hin. Aber da kann man einfach hinfliegen. Dann würde ich da einfach hinfliegen. Und... Das sieht man jetzt auch nicht. Warum sieht man das nicht? Guck. Da unten ist ein Puzzleteil. Und direkt ran vorbei. Ja. Ja. Das... Also dieses Level... Will nicht, dass man im Wasser ist. Ne, Moment. Wir müssen beten. So geht das. Und so geht das nicht. Ei, 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 ei. Ah, toll. Die haben wir noch nicht freigeschalten. Dann tun wir das jetzt als nächstes. Da ist noch ein Mumbo-Schädel. Dass es einfach so viele Mumbo-Schädel hat. So, und dann... Genau hier... Hier links im Bild... Da ist, glaube ich, noch eine Honigwabe versteckt. Ah, und da ist noch die... Eine Flugplattform für uns. Ah, da unten... Ne, da unten ist noch eine Honigwabe. Hm. Tja. Oh, und da ist noch ein Jinjo gewesen. Also wir können auf jeden Fall wieder auch an Höhe gewinnen. Dann machen wir das doch zuerst so. Und zwar... Oh, ganz knapp. So, Jinjo Nummer 3. Und dann lassen wir uns hier hinfallen. Und haben ein weiteres Puzzleteil. Jetzt müssen wir halt hier nur gut vorankommen. Aber ich glaube, zurück ist irgendwie gefühlt einfacher als Higgy. Vor allem, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich letztens. Also vorhin. Und das klappt so halt nicht. Okay. Ja, und dann kommt wieder der Hai von dort. Wieso spawnt der immer da drüben? Und sobald du ihn berührst... Äh... Verlierst du auch Leben. Also das ist schon nicht ohne. Hm. Na gut. Ich glaube, ich bin 20 Jahre zu spät, um mich darüber zu beschweren. Also jetzt fliegen wir hier einfach ganz normal mit dem Doppelsprung hin. Okay. Okay, okay. So, und jetzt hast du hier im Eck... Da ist die... Die Honigware. Hm, lecker. Nein, du sollst uns nicht beißen. Wir sind hier kein... Wir sind vegan. Also der Hai soll hier doch vegan sein. Okay. Gut. Gefahr abgewandt. Okay, so. Ja, gibt dann noch einiges zu tun. Und, äh... Ihr wisst schon, was jetzt passiert. Genau. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Let's Play Banjo-Kazooie. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da. Ein Abo, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und, ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Und, ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.